Das Ganze also während dem Anpfiff. Bleibt Ihnen noch zu sagen, wer unsere Einlaufkinder sind am heutigen Abend. Das ist die U9, die U10, die Juniorenmannschaften, das Messwort hat schon 8.90. Und nochmal der Hinweis, das nächste Heimspiel, wenn es Ihnen gefallen hat, gegen Baunatal ist Amstag in einer Woche. 14 Uhr, wenn da nur die Hälfte kommt, ist auch okay. Also auch sonst ist hier was los im Bölln-Fallschwort. Dann decken Sie ja die Medien wieder heute Abend oder auch die Bayern-Fans sagen, Bayern 2, fahr ich nicht immer hin. Dann fahr ich halt ab und zu zum SVD. Und wie gesagt, morgen Abend ein wichtiges Pokalspiel für uns. Wir sind ja noch in zwei Wettbewerben vertreten. Der Hessen-Pokal morgen Abend, Halsfinale bei Adler Weidenhausen. Vielleicht kann der eine oder andere auch einrichten, da hinzukommen. Ich entlasse jetzt einfach nochmal in die Vorfreude ein paar Minuten und dann geht's los mit dem Spiel. So, und ich möchte einfach nochmal wissen, ob wir denn endlich genügend Bayern-Fans hier im Stadion haben. Oh, das wird eng für euch. Ich glaube, wir haben hier etwas geschlagen und wir haben jetzt auf die Beine gestellt. Wo sind die Fans? Es ist vor Darmstadt 98. Und wo sind die Bayern-Fans? Und die Leden-Fans? Super! Und jetzt alle gemeinsam! Super!